Mit Geschichte Nummer 6, Der Wächter, schließen wir direkt an die vorige Story an und führen diese zu Ende. Also zur Story. Nachdem die von den Sith ausgestoßene Ori Kitai herausgefunden hat, dass ihr Sklavenfreund Jelf in Wirklichkeit ein Jedi ist und ein Raumschiff besitzt, versucht sie jetzt, sich bei den Sith wieder einzuschmeicheln. Sie will einige der Lords zu Jelfs Farm führen und ihnen das Raumschiff zeigen, in der Hoffnung, dass dadurch ihr Ruf und auch der Ruf ihrer Mutter wiederhergestellt wird und sie ihren alten Status zurückerlangen. Es gelingt ihr zwar, Kontakt herzustellen, aber danach treffen sie und Jelf aufeinander. Es kommt zu einer kleinen Liebesgeschichte, die ja schon in der vorigen Story begonnen hat. Und die beiden machen sich gemeinsam auf den Rückweg zur Farm, um zu verhindern, dass das Raumschiff jetzt in die Hände der Sith fällt. Die aktuelle Herrscherin des gesamten Sith-Volkes ist selbst dort und besteigt das Raumschiff. Aber bevor sie damit vom Planeten abheben kann, wird der Selbstzerstörungsmechanismus aktiviert und tötet sie und alle Beteiligten und lässt es auch so aussehen, als wären Ori und Jelf gestorben. Die beiden flüchten tiefer in den Wald hinein und nachdem es Jelf gelungen ist, mit der geretteten Kommunikationsausrüstung einen Kontakt herzustellen zur Außenwelt, erfährt er, dass ein Jedi namens Revan die Galaxis ins Chaos gestürzt hat. Die Story endet damit, dass Jelf und Ori sich zusammen tief im Wald ihr eigenes Haus aufbauen, ihr eigenes Zuhause und dort zusammenleben wollen, abseits von den Sith auf Cash und den ganzen Problemen in der restlichen Galaxis. Insgesamt eine gute Story und ein netter kleiner Zweiteiler. Ich finde diese zweite Story besser als die vorige. Die Grundidee eines verstoßenen Jedi, der auf einem Planeten voller Sith gestrandet wird, das gefällt mir. Und es gibt im Grunde nur eine große Sache, die in dieser Geschichte passiert, die für die folgenden noch eine Rolle spielen wird. Was das ist, erfahren wir dann in der Geschichte Nummer 7, Pantheon, die ebenfalls der Beginn eines Zweiteilers ist.